Noch ein Wimmbild, jetzt geht's bei Opay. Jetzt wären wir hier zugeschissen mit einem Wimmbild nach dem anderen. Soll ich Zeichen? Das klingt mal nix. Eine Brille. Ich muss die Brille erst reparieren, wo ist der Klebe? Ach hier, der Klebewan. Ein Auge, ein Kreuz, eine Machete. Hier, ein Pferd und ein Apfel. Apfel ist hier. Ne, das ist ein Affe. Ein Pferd. Hier, jetzt brauche ich noch einen Anker, eine Pistole. Anker und Baseball. Ein Anker und ein Baseball. Baseball ist im untersten Regal. Hier und wo ist der Anker? Der Anker. Oh, den hätte ich sehen müssen. Du hast ein Kreuz erhalten. Alter. Jetzt wird's verlangsam anstrengend. Jetzt wird's langsam echt... Ah. Schau doch aus, als ob's passen würde. Jetzt habe ich hier... Teil eines sechseckigen Schlosses. Aha. Halskette. Hier brauche ich dann die sechseckigen. Du musst erst die Halskette aufsammeln. Habe ich doch schon. Ach ja, da brauche ich dann erst die Teile. Gut, die Halskette habe ich. Was soll ich jetzt mit der Halskette? Da wir hier ziemlich begrenzt sind nur auf den Raum, ist es echt schwer. Bandagen. Du musst zuerst die Halskette aufsammeln. Ja, habe ich doch. Da gibt's noch... Vielleicht mehr, oder? Da gibt's nur eine. Okay, wir müssen zuerst die Halskette aufsammeln, aber die haben wir schon. Du musst zuerst die Halskette aufsammeln. Okay, die habe ich ja schon. Ich kann ansonsten auch hier nirgends mehr hin. Hier... Ah! Ich klicke auf die Knochen, um sie entsprechend anzuordnen. Und wie? So, ha? So, ha? Da? So, ha? Ja, wie soll ich die denn anordnen? Die sind ... Was ist entsprechend? Was ist entsprechend? Das schaut doch einigermaßen lebendig aus. Zumindest normal. Warte. Und, das ist mega ein Hintergrund. Ja, aber daraus werde ich auch nicht schlau. Wie hätte ich da drauf kommen sollen? Wie hätte ich da drauf kommen sollen? Okay, also tun wir erstmal hier. Zwei Dreiecks. Löse das Puzzle, indem du die Teile in logischer Reihenfolge. Anordnest. Also Mühle. Bringt Mehl. Aus Mehl. Macht man das? Aus Weizen. So, aus Mehl und Wasser. Wasser. Wo davor? Ja, das ist ein Teig. Also es sieht ziemlich, zumindest ziemlich nach einem Teig aus. Wo ist Wasser? Bei Feuer wird es nicht sein. Nein, 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 nein. Ich sehe aber kein Wasser. Ich habe gleich den Ofen. Nee, denk. Oh. Nee, nee. Wo ist hier Wasser? Milch? Von der Kuh? Nee. Fernseher. Was immer. Nudelholz. Bist du vielleicht Wasser? Nein, bist du auch kein Wasser. Einfach shoppen gehen. Wo ist hier Wasser? Vielleicht der Wasserturm? Wo ist hier ein Wasserturm? In dem Feuer? Nee, das ist kein Wasserturm. Vielleicht Plätzchen-Dinge? Plätzchen-Dinge? Ah ja. Okay. Dann hier das Nudelholz. Das ist klar. Hier die Sterne. Und jetzt hier der Ofen. Genau. Jetzt ist es offen. Ah, wir sind draußen. Ich weiß nicht, was ich das getan habe. Ob doch nicht wohl gesonnen ist. Könnte sein, ja. Hier, schon wieder ein Wimmelbild. Diesmal ist alles grün. Okay, ich würde sagen. Wir gehen jetzt auf Hauptmenü. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Jo, dann tschüss.